Scorchy ist wahrhaftig eine Extraordinary Machine. Wie sonst wäre eine Person, die sich in die Öffentlichkeit stellt und bereitwillig von ihren Erfahrungen mit der Mafia erzählt, überhaupt noch am Leben? Sie hat einen New Yorker Mafia-Boss erschossen, nur weil er ihr einen Heiratsantrag machte. Im Angesicht des Todes reizt sie jeden Moment aus, um sehr viel Spaß zu haben. Und zu sein. Ja. 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 Ja.